Hier kommt die Vergangenheit zu Besuch. Gertrud Holst hat sich hier einst in ihren Tanzpartner Hermann verliebt. Man kann es nicht vorstellen, dass ich 1947 hier angefangen bin. Im letzten Jahr waren das 75 Jahre. Zum Jubiläum der Tanzschule hat Hermann eine Mappe zusammengestellt. Mit seinen Erinnerungen und Fotos wie diesem von ihren damaligen Tanzlehrern Anni und Walter Bartel. Es war schon schön, muss ich sagen. Gibt's nichts. Das Interessante aus dieser ganzen Sache, weil ja hier irgendwo steht, das was ich heute übergeben habe, dass praktisch die Tanzschule Walter Bartel das größte Hamburger Eheanbahnungsinstitut gewesen ist und noch ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017